Schoko, Erdbeere oder Zitrone – wir verraten dir die perfekte Eissorte für dein Sternzeichen. 1. Erdzeichen, Sahneeis und Eiskaffee Die Erdzeichen gelten als Gewohnheitstiere und sind eher weniger experimentierfreudig. Neben Vanille und Schoko treffen Klassiker wie Mokka, Nuss oder Stracciatella den bodenständigen Geschmack von Steinbock, Stier und Jungfrau. Sahneeis ist perfekt für die Erdzeichen, denn die cremige Konsistenz und das unaufdringliche Aroma gefällt ihnen besonders. Eiskaffee und Milkshakes liegen ebenfalls hoch im Kurs. 2. Feuerzeichen, Fruchteis und Sorbet Die Feuerzeichen sind impulsiv und haben Power für zwei. Damit das so bleibt, stärken sie sich gerne mit vitaminreichen Eissorten. Dazu zählen in erster Linie Fruchteis und Sorbet, das quasi auf der Zunge zergeht. Eis aus roten Beeren belegt den ersten Platz. Himbeere, Erdbeere und Kirsche bringen die Geschmacksknospen von Widder, Löwe und Schütze zum Prickeln. 2. Feuerzeichen, Fruchteis und Sorbet